Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir in Glienicke für das letzte Spiel der Saison Fortuna Glienicke gegen VfB Trebin. Auch ist das Abschiedsspiel von Pierre Henkel. Also gleich schießt er heute ein paar Tore und alles wird gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.